Heute ist am Samstag verpasst, unter dem Tag der Süddeutschen, sehr zuverwendet und hier nach dem Anfang, hier, die Reiterinnen mit ihren Hürden in der Mitte, Laristo vom Internationalen, von Laksat. Zweitiger Warnblut, Württemberg an Gebieten, seid ihr wundern, heutzutage Top-Einzeitwerte, aber natürlich fuhren sie mich auch im Turniersport, geritten, erfolgreich geritten, der Schimmel hier in der Wahl, mit der Hand und Jean Hint. Zweitig, Vorleinsel, Früh und der Stadt, dort sind sie gezogen, dass die Hälfte Deutschlands, die dann unter einem Markennamen, wie ich wollte, keine Handlärze. Wir würden gerne in Stuttgart vom Weltmeister Graf und Stolz und der erfolgreich wie ganz viel Revision aus Süddeutschland im Fitnesssport als auch im Tresursport Aber hier wie alles jeder führend, richtungsweisend für die Zucht des Württwerkers in Rheinland-Pfalz Hier Gries am Steilstrumpen Holger Hohner Gries die Ponte des Graf und Stolz der wollte ganz locker in den Samanta